Ich hätte gerne einen Lieblingsplatz zu einem Ort, wo man sich gerne mal versteckt, wenn man alleine sein will und sich schnauzevoll hat von allen Menschen. Die Badewanne. Ja, Badewanne. Und zwar steht diese Badewanne in einer öffentlichen Bibliothek. Das ist kein Satz, das ist ein Ort. Das habt ihr sicher nicht gemerkt. Und wir zählen wieder gemeinsam ein. Energie auf die Bühne mit 5, 4, 3, 2, 1, los! Frau Schulze. Schön, dass Sie da sind. Ich wollte Ihnen heute gerade nicht behaupten. Sie liegen in der Reihe zwischen S und U. Und ich habe hier nur noch S und U. Das tut mir leid. Ich wollte eigentlich zwischen M und N. Da sind die Heizungsrohre ein bisschen wärmer. Das Wasser ist nämlich jetzt auch schon ziemlich kalt, Frau Schulze. Ach, wissen Sie was? Das ist der neue Satz. Wir kennen uns doch, Fruis. Wir kennen uns doch. Du warst auch bei der letzten Olympiade. Ja. Du warst auch gedopt. Kommst du auch aus Russland? Ja. Was sagst niemandem denn? Die Fackel, ja. Einmal die Fackel halten. Freeze. Einmal die Fackel halten. Einmal die Fackel halten. Das ist ein bisschen länger. Wir sollen hier raus. Wir müssen ein Loch finden. Es soll anbleiben. Es soll nicht immer sein. Über Licht und Dunkel. Nein! Wir werden nie raus! Und hier! Wir werden nie raus! Teresa! Wo bist du? Chris! Wo bist du? Wo bist du? Küche? Schatz, ich bin in der Küche. Ich kann nichts mehr sehen, Schatz. Ich, ich, ich bin völlig am Ende. Vielleicht kannst du es ja schmecken. Ich habe dir Brot gebacken. Zwiebelschmalz. Freeze, Zwiebelschmalz. Zwiebelschmalz. Das ist alles? Ja, und Zucker. Wo ist das Geld? Verarscht mich doch. Du willst mir sagen, du hast ja nur Zwiebelschmalz und Zucker in deinem Penthouse-Apartment? Wie bescheuert ist das denn? Ja, nur die Welle. Bitte, ich koche dir was anderes. Kein Problem. Kochen, kochen, kochen. Ich will Kohle haben. Wo, 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 wo scheinst denn die Miete hier? Mit Zwiebelschmalz? Hier. Hier. Wechselgeld aus Benni. Das sind 13 Cent. Ich habe alles in Spiebelschmalz ausgegeben. Jörg, wie viel Wechselgeld hast du noch? Und hier noch den Gassenboden. Hast du noch eine Pfandflasche vielleicht? Gucke mal. Fulis. Ich gucke mal. Ich gucke mal. Das wäre schön. Hier. Das wäre richtig schön, weil dann könntest du es sehen. Dann was? Dann könntest du es sehen, wenn du gucken würdest. Ich habe es doch gesehen. Du hast es nicht gesehen. Du hast mit einem Arsch zugefangen. Und du hast es dir nicht angeguckt, das kleine Pokémon, was sie gefangen haben. Das ist richtig schön. Es hat sogar eine Brille von dir. So etwas habe ich nie gesehen. Und wenn du richtig gut drauf bist, kannst du auch singen. Singen? Ja. Ah. 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 Ich bin vielleicht klein und ein großer Sänger werde ich niemals sein. Und meine Stimme, die ist nicht so rein, weil ich bin nur im Pokémon bin, nein. Ich kann nur springen und tanzen und mit dem Schwanz schwänzen. Ja. Ich bin vielleicht klein und mit dem Schwanz schwänzen. Ich bin vielleicht klein und ich bin mit dem Schwanz schwänzen. Dankeschön.